Herr Jesus Christus, ich komme vor deinen Thron, so wie ich bin, mit all meinen Problemen und all meinen Fällen. Ich weiß, dass du mich dennoch lebst, deshalb treffe ich jetzt diese Entscheidung. Komm, Herr Jesus, komm tief in mein Leben, ich brauche dich, wasche mich ran mit deinem kopfbaren Öl. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und nehme dich als meinen Herrn Heiland an. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich mit meinem Mund bekomme. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, Gott im Besten, der dir alle Macht gegeben ist. Dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist und am dritten Tag auferstanden bist und lebst. Ich danke dir, Jesus, für mich reingewaschen hast, für mich vergeben hast. Dass ich deine Tochter sein konnte und dass mein Name in deinem Buch ewigen Leben beschrieben wird. Sende mir den Heiligen Geist, der mich grüßt und leistet, den ich in Jesu wichtig bin. Alles. Wenn ich dir meine Sünde, dann besuchen Sie mich wunderschön. Ich bin, dass du, wenn du, wenn ich die Befestigung hier bin. Ich bin, dass du dich gott. Aber ich bin. Ich bin, dass du dich zu einer Glocken, darst du dich. Vielen Dank.